Guten Tag meine Lieben, willkommen hier bei mir auf dem YouTube-Kanal von Weidem Tschänze. Auch heute habe ich für Sie einen Sellenschützer mitgebracht, für den ganzen Monat. Sellenbotschaft auch für diesen Monat. Was stresst Ihre Seele? Ärger im Job? Oder in dem, was Sie tun? Und woran liegt das? Es liegt daran, dass Ihre Seele auch Zeit braucht. Der Mensch plant und das Schicksal lacht darüber, sagen die weißen Männer. Also anstatt zu planen, was morgen geschieht, sollten Sie sich ins Hier und Jetzt versetzen. Und hier ist der Sellenschützer. Reiben Sie Ihre Hände. Legen Sie sie an den Unterbauch. Stellen Sie sich vor, die Hände strahlen ein weißes Licht aus. Massieren Sie Ihren Bauch mit der weißen Farbe eine Minute lang, ohne einen Druck auszuüben. Danach gehen Sie an den Nabel. Massieren Sie um den Nabel herum, eben und gegen den Unzeigesinn. Dann reiben Sie die Hände noch einmal und gehen an Ihre Brustwarzen. Lassen Sie die Hände darauf eine Minute lang ruhen. Die rechte Brustwarzen nimmt übrigens Energie aus dem Kosmos und die linke aus der Erde oder von der Erde auf. So gleichen Sie Ihre gesunde Erdung aus. Es wird mich auch freuen, wenn Sie auch das nächste Mal diese Rubrik anschauen. Auch im nächsten Monat gibt es einen Sellenschützer für Sie, damit Ihre Seele auch singen kann. Das ist das nächste Mal. Vielen Dank.